Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video gebe ich euch eine Hotel-Tour durch das Hotel Cheyenne hier im Disneyland Paris. Ich zeige euch, wie das Hotel hier aussieht, was ihr hier so erleben könnt. Aber wir starten mit der Room-Tour mit Florian. So, der Florian und ich zeigen euch jetzt das Hotelzimmer im Cheyenne. Im Cheyenne-Hotel, genau. Kommt mal mit. Wir gehen mal rein. Der Florian macht das. Magic Pass auf. Was haben wir eigentlich für ein Zimmer, Florian? Ein Standardzimmer? Ja, ein Standardzimmer, genau. Ein Standardzimmer in Near the Main Facilities, glaube ich, heißt das. Also ich weiß gar nicht, wie die das auf Deutsch nennen, aber auf jeden Fall ist es nahe der Rezeption. Die Hotels haben alle verschiedene Namen und wir sind hier in Billy the Kid. Und weil Cheyenne ist ja Wilder Westen und so, deshalb gibt es hier lauter Wild-West-Namen für die einzelnen Häuser. Und es ist ja Toy-Story-Themed. Genau, es ist Toy-Story-Themed. Und wenn man reinkommt, erst mal zur rechten, eine Garderobe. Es ist kein Schrank, ne? Nee, es ist ja eine Garderobe. Ein Safe. Wir wissen noch nicht, was ist da eigentlich drin? Soll ich mal reinkochen? Ich glaube, also entweder es ist ein Kinderbett oder... Es sieht aus wie ein Kinderbett. Genau, es ist ein Kinderbett. Da kannst du dann heute Nacht drin schlafen. Ich sehe, wie nett die Simone wieder zu mir ist, ne? So ein Kinderbett schlafen. So, links haben wir einmal das kleine schnucklige Bad. Wir haben hier ein Föhn für die Damen. Eine kleine Seife. Und dann drehen wir um. Ich finde die Dusche sehr hübsch gemacht mit dem Holz. Ja. In dem Western-Stil. Dann gibt es einmal die Reusable, also die wiederverwendbare Seife. Und was mich bewundert, wir haben auch zwei Shampoo-Unconditioner bekommen. Ja, aber das ist ja auch relativ neu, ne? Dass das jetzt langsam hier ge-themed nochmal ist, ne? Also ja, in den anderen Hotels habe ich das jetzt besser nicht gesehen. Ja, das ist ja ganz besonders ein Hotel-Shop. Aber wann wurde das renoviert, weißt du das? Nach der Duschvorhang mit Hufeisen? Ich weiß, dass es renoviert wurde jetzt die letzten Jahre. Und dass, glaube ich, die Renovierung letztes Jahr erst vollständig abgeschlossen wurde. Das ist ziemlich... Also es ist ziemlich neu, kann man sagen. Es ist ziemlich neu und hat ziemlich lange gedauert, weil wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Es ist ein ziemlich großer und weitläufiger Hotelkomplex hier, das Hotel-Shop. Genau. Also ich habe mich eben verlaufen zu Parfum-Barkplatz. Also ich glaube, den Weg nicht mehr gebunden. Weil das Schöne ist ja hier, das ist ja am Fluss hier. Gegenüber ist das Hotel Santa Fe. Und es ist wie so eine kleine Westernstadt angelegt. Das zeigt euch Moni sich ja nachher nochmal in einem Video. Was wir noch bekommen haben, ist ein kleines Geschenk. Genau. Und ein Wasserkocher, den es, glaube ich, so weit sonst nicht gibt, hast du gesagt. Ja, ich glaube nicht. Wir wissen ja nicht, ob der jetzt kostenpflichtig ist normalerweise oder nicht. Aber wir haben zwei Wasserflaschen bekommen. Wir haben zwei Wasserflaschen und dann haben wir hier so ein kleines... Ja, das hat der Florian alles bekommen, weil er so oft in Disney-Botels übernachtet. Genau. Und guck mal hier, wir haben hier so eine total niedlich, so Mickey Mouse Shortbread bekommen. Ja, wir können ja auch Tee machen. Wir können wie ganz britisch Tee-Time machen. Tee-Time machen hier. Genau, mit so Shortbread in Mickey-Style. Ja, das ist auch ganz süß. Kommt mal mit hier, weil wir haben hier so ein kleines Willkommensbriefchen bekommen, wo die schreiben Hallo oder Howdy. Wir freuen uns sehr, sie wieder im Disneys Hotel Cheyenne willkommen zu heißen. Und das sind Schokomünzen, mit ganz vielen Disney-Charakteren. Was haben wir da? Donald und Pluto. Goofy. Ja. Genau. Ansonsten haben wir einen großen Fernseher. Ich finde den relativ groß. Aber der ist nicht eingeschaltet. Sonst ist der doch immer eingeschaltet. Der ist unscharf. Hilfe. Ach ja. Ja, das Illuminations im Schnelldurchlauf. Ja, und ich glaube, was noch relativ besonders ist hier, ist natürlich diese Stiefellampe. Mit Woody. Mit Woody, genau. Dann haben wir hier einen Schminkspiegel oder einen normalen Spiegel in Hufeisenform. Sheriff, Sheriff Woody. Eine kleine Sitzbank, auch ganz hübsch. Tada. Und dann haben wir zwei große Doppelbetten. Jetzt musste man nach der Bibel gucken. Nach der Bibel? Weinst du, dass es hier eine Bibel gibt? Der Daniel war doch fest überzeugt, dass es hier eine Bibel gibt. Nee, genau. Ich glaube auch nicht, dass es hier eine Bibel gibt. Nee. Aber was man noch dazu sagen kann, die Lampen haben auch Woody. Das sieht man jetzt nicht. Wo man näher ran. Genau da ist Woody in der Tapete. Woody und Jessie. Wie heißt eigentlich das Pferd? Oh, das ist ein bisschen peinlich. Ja. Weiß er auch nicht. Okay. Und dann haben wir nochmal ein schönes Bild von Woody und Jessie und dem Pferd. Wir können ja unten kommentieren, wenn ihr wisst, wie das Pferd heißt. Genau. Und was auch noch wichtig ist, hier bei dem kleinen Schreibtisch, da haben wir hier noch zwei USB-Anschlüsse, einen englischen Anschluss und zwei normale Steckdosen. Aber sonst ist es, sonst haben wir da, ach da sind auch noch zwei Steckdosen. Genau, da sind auch noch zwei Steckdosen. Weil Steckdosen sind manchmal in Disney Hotels ein bisschen rar. Ja. Ich habe auch mal einen Doppelstecker dabei. Ja. Aber wir haben ja eigentlich genug. Also wir sind sehr zufrieden. Magst du noch Probeliegen, ob es bequem ist? Ich bin schon, ne? Ich mache das mal hier so. Ja, doch. Also es ist jetzt nicht super weich. Willst du noch mal testen? Ich halte mal die Kamera und du testest mal das andere Bett oder das? Ich mache das hier. Für Moni ist es zu hart. Aber es geht. Es geht, ne? Ja. 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 Kann man. Habt ihr ja schon hier das schöne Kuhmuster gesehen? Ja, das Kuhmuster, ne? Ja. Und ein Telefon. Das heißt, unser gemeinsames Fazit, was sagst du? Ich finde es sehr schön. Ja, ich finde es auch schön. Ich bin auch sehr zufrieden. Also ich finde auch, es ist ja von den beiden günstigen Hotels, Santa Fe und Cheyenne... Santa Fe ist ja noch mal günstiger in den meisten Fällen. Genau, genau. Santa Fe ist noch mal günstiger. Cheyenne ist dann eine Stufe drüber. Ich finde aber vom Theming her ein bisschen, dass Cheyenne... Ich mache auch lieber Toy Story als Cars. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Ja, das ist alles Geschmackssache. Aber ich finde, also mit dem Cheyenne macht man eigentlich, wenn man so als Familie zum Beispiel mal einen Disney-Urlaub machen möchte, finde ich, macht man eigentlich nichts verkehrt. Es gibt ja auch noch die Option, dass es nur ein Doppelbett gibt und eine Couch. Genau. Drei Personen. Aber wir machen es zwei Doppelbetten. Genau. Ja. Und ich zeige euch jetzt das restliche Hotel. Und auch in diesem Hotel gibt es die Gratis-Kaffeemaschinen. Mit eurem Magic Pass bekommt ihr pro Tag, pro Person vier Heißgetränke. Der Fußweg vom Cheyenne ins Disney Village oder ins Disneyland sind circa 15 Minuten. So wie ihr sehen könnt, ist das Hotel Cheyenne wie eine kleine Stadt aufgebaut. Ihr habt links und rechts kleine Häuser, die verschiedene Namen haben. Und da finden sich dann auch die Zimmer drin. Dieses Hotel hat auch ein Restaurant, das Cheyenne Wagon Café. Und zur Linken habt ihr den Red Garder Saloon, wo ihr abends leckere Getränke zu euch nehmen könnt. Und wie jedes gute Disney Hotel gibt es hier auch einen Shop. Los geht's. Ich zeige euch jetzt, was hier im Shop alles so zu finden ist. Ich bin jetzt hier während der Weihnachtssaison. Das heißt, es kann natürlich wechseln von Saison zu Saison und in einigen Monaten wieder anders aussehen. Aber damit ihr mal einen Eindruck bekommt, zeige ich euch jetzt mal das Sortiment. Ich bin jetzt hier im Shop. Es gibt hier auch einen Starbucks Café, der befindet sich direkt neben dem Souvenirladen und da könnt ihr euch morgens einen Kaffee holen oder Frühstück, wenn ihr das nicht in eurem Hotelpaket gebucht habt. So, wir sind jetzt hier im Hauptgebäude, wenn ihr ankommt, da ist, glaube ich, die Reservation für Restaurants, also könnt ihr Restaurants reservieren, zur Linken habt ihr die Rezeption und hier könnt ihr auch morgens Charaktere treffen. Vor dem Kamin stand letztens Goofy und ist halt so Western-Style angehaucht. Ich finde es ganz schütt, ist jetzt noch weihnachtlich dekoriert, weil ich jetzt die Weihnachtssaison bin, aber ich mag es ganz gern. Wenn ihr nicht zum Park laufen wollt, es gibt einen Shuttlebus, der regelmäßig fährt und die Bushaltestelle findet ihr neben der Rezeption. Ich hoffe, der kleine Rundgang hier durch das Hotel Cheyenne im Disneyland Paris hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020